Fox 112. Hinter diesem knackigen Namen verbirgt sich das Programm Feuerwehr Online Extra. Die Software wird seit Montag aktiv im ganzen Bundesland eingesetzt und soll die Feuerwehren im Land intensiv bei der Erledigung bürokratischer Arbeiten unterstützen. Den Startschuss gab Innenminister Lorenz Cafier bei Planet IC, der Schweriner Firma, die Fox 112 entwickelt hat. Personalverwaltung, Geräteverwaltung, Einsatzberichte, all das wird hier gebündelt, dokumentiert und an die entsprechenden Stellen versandt. Alle 551 Feuerwehren im Bundesland können nun online auf dieses Programm zurückgreifen. Es wurde im Vorfeld gemeinsam mit den Feuerwehren in MV getestet und an die Anforderungen der Einsatzkräfte angepasst. Da hier sehr viele personenbezogene Daten abrufbar sind, hat der Punkt Datenschutz eine außerordentliche Rolle gespielt. Müller hat sich hier ja intensiv mit eingebracht und wie wir schon bei den Ausführungen gerade auch gehört haben, der Datenschutzbeauftragte ist natürlich von Anfang an innoviert worden, denn hier geht es um personenbezogene Daten. Jeder weiß, dass das heute ein ziemlich kompliziertes Feld ist, aber trotzdem ist es uns gelungen, sozusagen beides unter einen Hut zu kriegen, was nicht ganz einfach war, aber darüber freue ich mich durchaus auch. Der Innenminister hatte an diesem Tag eine weitere gute Nachricht für die Feuerwehren im Land. Geld für die Beschaffung von Fahrzeugen und Fahrzeugtechnik für die Feuerwehr steht zur Verfügung. Sie wissen, wir haben einen Bedarf von roundabout 50 Millionen geschätzt, dann Neuinvestitionen. Dazu wird es gemeinsame Gespräche mit dem Landesfeuerwehrverband geben. Dazu haben wir derzeit die Feuerwehrbedarfsplanung in Arbeit. An deren Ende wird sich eine Gesamtzahl ergeben. Ich persönlich möchte in Zukunft umsteuern. Wir möchten in Zentralbeschaffung überwechseln, weil einfach die Kosten im Bereich Feuerwehrbeschaffung exorbitant gestiegen sind. Und deswegen ist es auch notwendig, neue Wege zu gehen. Ich freue mich sehr, dass wir uns vereidbart haben, dass für die nächsten Jahre insgesamt 50 Millionen zusätzlich für die Beschaffung bereitgestellt werden. Die landesweite Feuerwehrsoftware FOX 112 kostet jährlich 60.000 Euro. Die Kosten übernimmt das Land Mecklenburg-Vorpommern.